Hallo meine Frenz, hier kommen wir jetzt in meinem Video von Abbas8970. Heute geht es um mein Advents-Special Part 3. Ich wünsche Ihnen viel Spaß bei diesem Video. Den Link in der Videobeschreibung eine frohe und angenehme Adventszeit euch an und bevor ich jetzt mit den Videos anfange, ein paar wichtige Informationen und Änderungen. Es werden wahrscheinlich ein paar Unbox-Videos kommen, von der PS4 Pro, von dem Blu-ray oder DVD-Player mit dem HDMI-Anschluss und von der Soundbar, was ich mir noch holen werde vor Weihnachten. Und ich habe die Lichterkette von Nanu-Nana anders aufgehängt. Jetzt sieht es noch ein bisschen besser auf und die Pinnwand und das alles hier kennt ihr sowieso schon von den letzten Videos. Gut, bevor das Ganze langweilig wird, werden wir jetzt anfangen. Wir werden wahrscheinlich nur ein paar Videos verwenden, von A bis Z, von Gaming bis Musik, irgendwas, weil das WLAN ja eh nicht so gut ist eben vor ein paar Monaten und ja, so ist es halt, ne. Er zwar immer weniger, aber das wird umso besser, ne. Ja, ist eigentlich egal. 28 Minuten 20 und zwar Pass und Check Spezial 3.8. Das will man auch öffnen. Euer Ding ist ein. Ja, viel Spaß beim Anschauen. Gut. Ja, die Schrift ist mal wieder safe, ne. Wenn man das auf dem Laptop oder Tablet anschaut, dann sieht man, dass die Farben richtig knallig bunt sind, ne. Okay, 17 Aufrufe am 21.03.20 hochgeladen. Ja, wieder erkannt worden. Aber gut, so ist es halt, ne. Der Xtreme 2 wird dieses Jahr ein Jahr alt und der Charge 3 wird zwei Jahre alt. Einen herzlichen Glückwunsch an GBL. Und ja, eigentlich nicht. Na ja. Läuft. Ja. Der Urheberrechtsverletzte wird ja immer komplizierter bei den Videos und das fällt immer schwer, ne. Ich hab bei den letzten zwei Videos eins auf dem Deckel wegen Urheberrechtsanspruch und irgendwas bekommen, weil ich da irgendwas verwendet habe in den Videos, was einem überhaupt nicht stimmt. Aber gut, so ist halt die Welt, ne. Die wird halt immer so werden, ne. Und die Pinnwand fängt jetzt auch schon an der Wand, ne. Die Xbox von S funktioniert immer noch, ne. Aber zwar eine kleine Delle, aber das ist eigentlich nicht so schlimm, weil, solange das Laufwerk und Lüfter funktioniert, ist eigentlich noch alles selten, ne. Schon mal ein wenig vorher, dann müssen wir mal laufen, ja. Ja, ist ja gut. Aber hauptsache das WLAN funktioniert und prächtig dauernd ab, ne. Ja, auch eins von meinen besten Liedern, ne. Ich hätte es auch in 4K machen können, dann wäre es noch besser, ne. Aber gut. WLAN, wie der Bastian-Check-Reihe ist schon ganz schön safe geworden, ne. Vielleicht fange ich mal was Neues an, ne. Wie der Speaker-Schocker. Mal schauen. Ja. Wegen Lockdown jetzt noch verschärfen, dann wird alles zu sein, dann ist es wird dann schön safe. Ich habe nicht das originale Profilbild auf YouTube, aber das Vorgänger, Vorgänger. Vorgänger, ja. Vorgänger, ja. Vorgänger. Ja, kommt hier noch was. Nein. Kommt halt nix. Da muss ja noch es kommen hier oster spezialdingens wahrscheinlich nächste auch wieder kommen obwohl das ist auch gar nicht mal so schlecht wenn es heute gefällt ja kommen wir zum nächsten video soll nicht so lange werden wie das andere das ging fast 30 minuten noch etwas aber ich habe heute noch was anderes zu tun ja ja wenn wir das ja 30 minuten 35 und zwar frage spezialfahrt tram 5 von hauptbahnhof nach nach tiergarten und zurück dass wir mal auch öffnen und verwenden neuer ding ist viel spaß man anschauen gut ja läuft so wenig aufrufe gut da ist keine musik im video anhalten 81 aufrufe am 20 23 hochgeladen und ja viel spaß beim anschauen gut das jahr ist bald zu ende kommt 2021 wie es nächstes jahr mit den ganzen freizeit aktivitäten und ausflügen wird wie corona oder so weiter geht keine ahnung wissen wir nicht weiß ich ja der typische trump sound da war es noch schön alter kein mundschutz kein abstandshalten nix kein corona kein teil lock down und mehr ich hoffe ich bekomme meine sachen noch hin bekannter oder kumpel von mir hat sich auch meine videos angeschaut und hat gesagt bist du es na klar bin ich das machst du aber gute videos ne mein fertigungs assistent noch ein herzliches dankeschön für ihn dass er meinen kanal abonniert und immer wieder meine videos anschauen das finde ich schon mal selbst dann kriege ich umso mehr deswegen sage ich doch liked oder abonniert meinen kanal daumen da oben das wäre immer besser dann kriege ich mehr abonnenten und aufrufe das wäre erstens mal besser und zwar sehr gut link finden sie mir link zu den videos finden sie auch in meiner video beschreibung denn da kommen keine ahnung ob das februar oder märz war keine ahnung ich glaube bei tierkam naja ja da war ich auch schon lange nicht mehr ging ja dieses jahr nicht wegen dieser lockdown geschichte hier erster zwei der dritte der lockdown immer so weiter und sofort was willst du machen gleich wird es ja nächstes jahr anders und ich kann wieder viel unterwegs sein ging ja dieses jahr nur bis märkens na gut august noch vielleicht noch paar dinge naja die schuhe habe ich jetzt auch nicht mehr die sind hinüber kaputt habe ich entsorgt ok zum nächsten video das könnten wir verwenden genau 29 minuten 50 und zwar soundcheck spezial 3.3 dass wir mal auch öffnen öffnen neue dinge ja viel spaß man schon gut safe na auch da ist mal wieder die schrift und alles safe ne ja schauen wir mal wenn ich das hier sehe dann ja 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 jedes lied wird jetzt extra abgestimmelt das ist safe ne 31 aufrufe am 1.4.20 hochgeladen das mal auch laufen lassen neue dinge sind ja viel spaß man schon gut öffnen die acht wochen bei meiner freundin zu hause bei meiner ex na gut die acht wochen bei meiner ex freundin wo ich ja gut da habt ihr gehört ne märz war ja noch bis mitte märz alles in ordnung dann ihr corona bumm ich konnte nicht arbeiten gehen bis zum 25 mai und ja wo war ich in der zeit zu hause bei meiner ex freundin und ja das hat eigentlich ganz gut funktioniert ne ich war acht wochen lang zu hause habe videos aufgenommen und gaming videos hat auch noch ganz gut funktioniert und ja ja zurzeit verstehe ich mich eh mit meinem chef eh nicht mal so gut weil er meinen könnte ja behauptungen aufzustellen und nicht hier zu belasten ne das müsst ihr euch vorstellen euer eigener chef ne und mit denen rede ich nicht mehr das heute wieder blöd komme ich habe gesagt komm kannst du lassen mit mir redest du nicht so hallo mein nachbar ist auch schon wieder laut null rücksicht auf andere der macht auch ganz guten sound ne da er zwei mittel unserer tieftöne ab bei 20 watt im kanal wissen das schwingt auch ordentlich vor und zurück ja so muss laufen dann ja komm da muss ja was kommen ja hennelo das klingt schon mal besser ah jetzt kommt noch ein bisschen beat alter ja ja beat speed alter also hier fribriert alles boden tische alles ne ja kann man laufen lassen ja aber mittlerweile habe ich erst einmal mehr lieder und zweitens mehr zeit ne auch wenn ich arbeiten gehe unter der woche habe ich ab und zu zeit ne okay ja macht er wieder möbelrücken da drüben verschiebt immer sein komisches bett oder was es ist das hört man bis hier rüber alles mehr jetzt waschen wenn man das in der aufnahme hört ich schneide das nicht raus ne okay mhm ja das noch irgendwas gescheites ne oster soundcheck wo ist denn das ding hin oster speziale ähm part gibt's gar nicht schade machen wir das ja 23 minuten 50 und zwar basstest version 2.5 das haben wir auch verwenden und öffnen euer ding viel spaß man anschauen gut save oh komm mach das immer nur in diesem blauen ne ne in einer anderen farbe mach ich sie ne ja wurde noch nicht erkannt kann aber noch werden freuen wir uns nicht zu früh ne 16 aufrufe am 12.5.20 hochgeladen ne wann sie mal kurz immer was trinken oder aushusten sorry für die kurze unterbrechung ich muss immer was trinken ich kriege immer so einen trockenen mundwinkel bei der jahreszeit ne natürlich aber gut ok 16 aufrufe am 12.5.20 hochgeladen sind wir auch laufen lassen viel spaß man anschauen gut boah ne ne voll sind viel zu hoch gepokert das ist auch ganz gut das lieb ne ordentlich die dynamik drin weil ich es da hinzugefügt hab ne was mir heutzutage auffällt ist die musik im radio oder von lautsprechern weniger dynamik bass und beat sound und so weiter und so fort hat ne damals war es noch ein bisschen besser ne ja wenn du heutzutage nur nichts anderes zu tun hast als den radio zuzuhören da merkst du dass die dynamik bass und beat weg ist damals war sie komischerweise noch da außen man tut das ganze ein bisschen mit so einer app sache ich gleich ja ja wieder fernsehs ich will bewegen ne hallo das lied ist immer gut ne das hatte ich schon in den öfteren bass soundcheck soundcheck und bass test dieses das ist wahrscheinlich entweder heavy metal oder metallica ne naja da komm ich ja oh 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 my god das ist immer gut ja naja hinsicht gefällt nicht zack was mir aufgefallen ist in der letzten zeit dass die dynamic bass und beat immer weniger wird damals war sie komischerweise immer mehr außer man hat eine app namens musik spin changer man kann es da ein bisschen rekonstruieren bass an beat hinzufügen dann hat sich das wieder auf dem ohr ganz gut an weiter wie bran muss ja so schwingen hallo bei der bass muss ja so schwinglich so dann haut es nämlich nicht hin okay also ich sage schon mal vorsichtig was 870 an advents ja zeichen gleich okay wir waren gerade bei denen haben aber das ja noch gut 29 minuten 2 und zwar bas anstieg spezial für muzai das mal auch verwenden und öffnen ja viel spaß man schon gut den habe ich auch abonniert das sah noch alles anders aus 24 aufrufe am 29 24 hochgeladen ja musik im video kann ich auch nichts machen gut ich sage formal fortsetzlich tschüss was 870 an adventspecial part 3 wenn ich das video gefallen hat leicht oder abonniert meinen kanal und lasst einen daumen kanal drin das täte mich freuen gut okay was hast du zu bieten video ja sieht doch schon mal ganz gut aus da sind wir die uhrzeit naja naja hallo hallo ja wunderbar safe ne das können wir auch ein wenig vorspunnen das zieht sich das video mal wieder in die länge und das soll ich ihnen fast jeden video sonst zieht sich das video in die länge ja das ist eher metallica da sind wir noch mein alcatel 13 wasser wenn wir das hier nämlich in ex die immer noch das alcatel 13 das war mein vor haupt handy bevor ich jetzt das Huawei Y5 gekauft habe das haut jetzt überhaupt nicht mehr in das ganze in die tonne hauen hat mal funktioniert aber jetzt auch nicht mehr zwei jahre garantiert das finde ich schon ein bisschen verarsche warum denn nicht mehr 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 naja so dann kommen jetzt die letzten paar lieder noch und dann habe ich was anderes vor noch ja das könnten wir noch verwenden genau das ja wo sind wir hier 31 minuten 10 und zwar baston check spezial 4.5 das haben wir auch laufen lassen naja sieht auch gut aus ne ja wurde nicht erkannt kann aber noch werden vier aufrufe am 14.6 20 hochgeladen das mal auch laufen lassen neuerdings viel spaß man anschauen gut ja na gut vor ein jahren ja gut ja letztes jahr waren ja die ganzen möbel hier auf der seite wo jetzt der ja gut das kann ich ihm mal zeigen ne ja weil das nämlich sieht man jetzt so schlecht dann kann es genau sehen dass ich das dieses jahr im vergleich zu letzten jahr ich die möbel wieder umgestellt habe das jetzt weil der tisch der da war weil ja gut wieder unscharf hier sieht man so schlecht ja gut das zimmer wird schon irgendwann zum fetten büro weil ich habe die möbel tisch ich mache es einfach tisch der da stand war da ja ja also wo hier der tisch stand steht jetzt die kommode da das nachttischle Bett meine anlagen das eine möbelstück von meinem mitbewohner und hier nachttisch und regal und hier jetzt tisch und das neue möbelstück das ist safe ne ein bisschen umgestellt das war glaube ich letztes jahr dezember und seitdem habe ich das eigentlich gar nicht mehr umgestellt eigentlich ne und das sieht immer noch safe aus ne ja ja dann schaust 3 ist auch gut ne ja adbus 870 like'n am abonnieren geil jetzt hängt ja gottse dank meine pin man nacht ja nacht ja biet nacht nacht ja nacht 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 Hab keine Zeit und tschüss. Das nervt ein bisschen, ne? Wow. Wasser. Ja, das ist auch ein gutes Bild. Ja. Feuer. Oh, jetzt hört sich wieder laut an. Laut. Viel Spaß, Junge. Geht ja richtig ab, Alter. Naja. So, dann kommen wir jetzt zum letzten Video für heute. Die Uhrzeit mit 2K-Display ist auch ganz gut, ne? Ja. 32 Minuten 48. Und zwar Soundcheck, Spezialtreibung 6. Das werden wir auch laufen lassen. Neu, ja, viel Spaß mal anschauen. Gut. Safe. Na? Boah, saugt ihr da drüben, oder was? Mein Gott, ey. Keinen Anstand, ey. Zwei Aufrufe am 27. 26. Hochgeladen. Oh, wurde noch nicht erkannt, aber gut. Ist man eigentlich relativ schnuppe, ey. Und dieses Mal mit dem Extreme 2, ne? Das ist immer gut, ne? Ich verstehe nicht, warum man ein WLAN installiert und das haut an. Ich verstehe es nicht. Warum tut man ein WLAN, wieso tut man ein WLAN überhaupt einrichten, wenn das WLAN am Ende spinnt oder überhaupt gar nicht mehr funktioniert, ne? Das ist schon ein bisschen nervig, ne? Das haut jetzt nicht mehr so gut hin wie vor ein paar Monaten, ne? Ja, das ist ja nicht schon schade, ne? Komm, da muss ja noch was kommen, ne? Als Abschluss, ja, komm. Die Lichterkette von meinem Bekannten haut jetzt auch nicht mehr hin, die mit den Glügeln. Die hat's jetzt letztes Wochenende durchgebrannt, ne? Das haut nicht mehr hin, kannst du in die Tonne hauen, ne? Aber gut. Ja. Ja, komm. Jetzt. Ja. Da sieht man gerade, dass es unscharf ist. Dann stellt sich das ganz wieder schaffen, ne? Ja. Jetzt ist es wieder scharf, ne? Auwa! Das habe ich auch nur von YouTuber. Naja. Ciao. Ciao, 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 ciao. Like und Abonnieren. Gut.